Hallo liebe HabboTV und Tour Freunde und willkommen zu einem weiteren Video hier auf HabboTV und Tour. Wir haben wieder ein Depp des Monats für euch herausgefunden und zwar der Bommelbommels. Er versucht tatsächlich uns nachzumachen mit dem Depp des Monats und da hat er doch gleich den Titel Depp des Monats selbst verdient. Ja, sein Depp des Monats ist sogar schon durch HabboTV und Tour bekannt. Natürlich ist die Rede von unserem Marvin Gold 1, der schön versucht an Habbo Thaler zu kommen, er es aber nicht kriegt und diese 28.000 Klicks teilweise von uns von HabboTV und Tour bekommen hat. Und jetzt möchte der Bommelbommels natürlich auch so viele Klicks haben, das kann er bekommen. Schaut doch mal sein Video an und schreibt ihn doch mal bitte, dass er auch jetzt ein Depp des Monats ist für diesen Monat hier von HabboTV und Tour. Und mal gucken, wie er das dann so findet, ein Depp des Monats zu sein. Ich würde sagen, selber schuld, wenn man uns nachmacht und dadurch auch einige Klicks bekommen möchte. Und ja, schreibt es mal in seinem Video, dass er auch jetzt ein Depp des Monats von HabboTV und Tour ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns demnächst auch bald wieder. Tschüss!